Ja, mein Ping war bei uns runter. 99, jetzt geht er wieder runter. Ich bin aus LOL geflogen, was? Jetzt echt? Den schreibe ich gleich. Wenn ja, komm wieder rein. Du lädst bei uns noch. Aborunde 2 mit meinem Stiefvater, den ich jeder im Netz hören kann. Exorius, hast du... Was hast du denn? Es hat sich einfach minimiert. Ja, dann magst du mir es wieder. Du kriegst unten auf Saikon oder willst du mal das nicht? Nein, ich soll es weiter machen. Ich bin schon wieder drin, also... Ist bei mir auch. Im Spiel musst du auf Grafik drücken und dann Fenstermodus. Kannst du ausstellen. Dann ist... Ich weiß, aber ich nehme zum Beispiel kein Fenstermodus. Fenstermodus doof. Ich auch nicht. Ich nehme immer schön Fullscreen. Fullscreen? Wenn ich genau bereit bin mit Lade 100%, Mein Ping gehen auf 999 Schock und dann wieder runter. Ey man, ich habe 20 Zoll Fullscreen. Alter, ich habe hier ein... Lass mal gucken. Ich habe 1 Zoll. 1 Zoll Fullscreen. Ne, nein, ungefähr 21,65 Zoll Fullscreen hier. Fullscreen? Hier man, Fullscreen. Ich habe Haltsbeam. Ich erwähne es nochmal. Aborunde Nummer 2, der die erste so gefällt hat. Ähm, nein. Ey guck mal, die sind alle auf Agro. Ich habe ein Problem mit der Maus. Ah doch nicht, ne? Oh, Winter. Ich mag Winter. Ja, das ist der kleine, aber fein Unterschied. Ja, das ist der kleine, aber fein Unterschied. Ich habe gar nicht aufgepasst, wen sie haben. Ich habe gar nicht aufgepasst, wen sie haben. Oh. Kartos Mitte. Geil, ich mache gerade meinen USB-Stick kaputt. Oder das Teil, wo der USB-Stick dranhängt. Geil. Auf was wartest du? Komm da raus. Du Jude. Mit Doppel-U. Oh, die Nacka-Hitler. Wenn du was schreibst, ey. Du Jude mit Doppel-U, ey. Ja. 30 Sekunden bis zu der Schein in der Versammlung. Ude. Sollen wir reingehen? Hier ist der Besoffene. Ey, das ist Besoff von Scheißegal. So lange du vorgehst. So ist er, ja. Oh, Garn ging Garn. Los auf. Oh, das ist Platz. Das ist Platz, Baby. Boah, was hat du gemacht, ey. Ich habe meinen Beschwörer-Tjauber verschwendet. Ey, geh rein. Garten gegen Garn. Äh, ja. Hörst du die Axt sein, ey. Für unnötig. Mann. Hättest du weiter auf den Garn, auf den Garn... Ne, auf den... Hättest du weiter auf sein... Oh, draufgekloppt, wäre tot gewesen. Also, nein, nur wegen der Bitch schläfst du noch, ne? Meine Mutter findet das Tier ist lustig. Nein, wieso bist du mit in der... Wieso bist du mit in der Konfi? Hey, Kato. Ja. Ähm, gegen wir jetzt noch spielen wir noch mal Garen und... Pantheon. Ach, Pantheon. Oh. Aber... Schön viele Lasts. Geil, der hat schon seinen Hightank eingesetzt. Echt? Ja. Ich habe noch nie in meinem ganzen Spiel, glaube ich, Hightank eingesetzt. Ja, mein erster Last Hilt. Mein erster Last Hilt. Na dann wird noch... Warte, ich überleg grad mal physisch. Und... Lol. Ganz viele Sonnenfeuerumhang kaufen. Oh, fail. Ganz viele... Wer kauft Sonnenumhang? Der Garen. Ja, wirklich. Soll ich dir etwas mal sagen? Garen. Ist. Kein. Tank. Er hat nicht die... Ja, scheiße. Es gibt aber kein besseren Bild, leider. Die haben ja nur einen feinlichen Markt, ja. Da geh ich auch frustrieren. Geil, ich lecke. Ich leck... Ich habe geleckt. Nein, ich habe fast viel. Los geht. Ach, du traust in meine Last Hits. Ja, logisch lauscht dir deine Last Hits. Weil ich Geld will. Das ist alles. Nein, Mann. Bäm. Doubles. Oh, ich steh nicht ganz im Gebüsch. Ich muss mal für kleine Soldaten. Das ist meine Mutter, ey. Scheiße. Und ich habe... Scheiße. Scheiße, ey. Geil, ne Butter. Artus hat gleich kein Mahler mehr, schön. Oh, geil. Und ich lege. Na, den kannst du mal aus der Konfi raus, bitte. Wow, good job. Jiiiiiii. Richtig Bimbo. Ja, Mann. So geht's mit dem Tower, nicht in den Tower. Meins. Na, den geben wir dir aus der Konfi, du nervst. Geh, geh doch einfach hier um zu mir und guck da zu. Loan und wie er sein Leben auf hat. Er wirft seine... Er hat no life und wirft seine Axt, die Leben kostet. Ja, und damit er nicht loan kann, ne? Und jetzt bleibt er am Tower stehen, oder was? Geh mal das... Ja, wenn ich vorhin... Oh, loll. So läuft das Spiel her. Ja. Jetzt kann... Ey, erst sagt, äh, nein. Schmeiß XX Arturante raus. Dann sagt er, tu X, ähm, Mono Dingens, den du gerade da gekillt hast rein. Fail. Fail. Boah, wieso krieg ich wieder den Scheiß-Kanonen-Vasal an die Fresse? Der ist so ein Kugel. Ja, Clown, der Vasal... Der Scheiß-Vasal... Nimm mir auch noch den Kille, ey. Wenn ich Level 6 bin, kann ich wieder junglen, oder? Dann musst du nur... Ja, ich kann gut so... Gut. Wie gesagt, wenn ich Level 6 bin. Der Jugo-Sklave, er haut immer von meinen... Sorg-Trenner an. Na, die... Mach die Konfi aus und geh... Und pflänze dich hier bei mir oben hin. Na, die... Ich spiel selber LOL. LOL. Ich spiel selber LOL. Ich spiel selber LOL. Ja. Genau. Autsch. Ich spiel selber LOL. Das nennt man LOL, nicht LOL. Ja, LOL ist LOL. Voll LOL. Genau. Genauso wie mein D und W sagt. Oh. Wow. Oh. Ja, das ist ein Bug. Ja, das ist ein Bug. Ja, ich hab noch nie mal Kill gekriegt. Das hatte meine Schwester auch mal. Ey, Nadine. Der gegnerische Kathos hat sich selber getötet und dann kam mein Verbündeter wurde getötet. Boah, Alter, du klaust mir voll die Kills ey. Ich hab nur 13. Ich bin am 2 niedrigsten. Ich hab Rapper 18. Katos Level 6. Ey. So. Ey, streitet euch doch um die Bassagenkills, Mann. Tun wir. Streitet mich um die dummen Kill von Katos. Weil er sich selber gekillt hat. Deswegen ja. Ja, das ist auch für Wirklichkeit. Der geht doch kein Kind zu geben, ne? Ja, meine Schwester hatte das auch mal, ne? Zwei Mal. Ey, das ist das erste Spiel, ja? Zwei Mal hat sie Antidormi gemacht. Ey, was geht ab? Mein Lack geht ab, ey. Oh, stimmt. Ein cooles Spiel. Was? Ich hab kein Gold bekommen. Hast du wieder geklaut? Nein. Nein, hab ich ausnahmsweise mal nicht. Ey, ich hab letztens ein cooles Spiel gekauft, ne? Das heißt Real Life. Das ist mega geil. Ey, weißt du was? Das Spiel besitze ich schon... Hatte ich wenig? Schon gewusst, ich besitze das Spiel schon seit fast 16 Jahren. Aber es liegt bei mir im Schrank und verstaubt. Was? Ja, bei mir auch. Nicht. Katos, hau ab. Ich will schon auf mich. Boah, 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 boah. Ich hab's gebrach, Katos, hab's gebrach. War's dafür, dass sie sich selber getötet hat? Ja. Meine Fresse, ich lecke. Nein. Boah, Leute, die sind jetzt Level 5, ey. Ich dreue.